Hey Kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Let's play The Witcher 3. Und hier, wir sind in Benkelheim angekommen. Das ist hier. Und in Benkelheim gibt es zwei Quests, die euch dann angezeigt werden. Einer davon ist hier. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen hatten zu essen hast? Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er schaut mit an, wie die große Viper zuschnappt und die Silberlilie verschlingt. Er will springen und kämpfen. Doch die Schlange ist schneller. Die Lilie muss sterben. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Hm. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. So. Die wollen wir natürlich verfolgen. Die Quest. So. Lauter Flüchtlinge hier. Das Flüchtlingslager. Ein Sturm, verdammt. Jetzt stell dich nicht an, du geh. Was ist denn mit dir? Nicht stehen bleiben, ne? Irgendwie muss ja ne Höhle sein. Au. Ach, fack. Brennen wollte ich. Oh. Jetzt hab ich mein Schwert gezückt. Und au. Oh, fack. Wow. 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 Die sind immer noch mal. Oh, fack. Wow. Es geht immer weiter, da rein. Essen. Essen. Oh, Mann, ey. Fuck, ey. Warum muss ich mich mal anlegen mit welchen, die zu stark sind eigentlich für mich, ey? Okay. Ah, ah ja. Okay, wir warten noch, bis die da ein bisschen verschwunden sind. Ich geh mir hier oben lang. Ah, hier ist die Höhle. Okay. Einmal die überlegene Katze angemacht. Und schon sieht man alles in der Höhle. Ah, da sind ein paar Gule. Ah, da sind die Höhle. Ja. Oh. Ah. Ah, fuck, 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 man. Nur, als würde ich da hinten in der Ecke befinden. Okay. Okay. Das war's dann mit den Ghoulen. Ein Beilkopf. Ja, toll. Das ist nix. Ah, da. Warum ja eigentlich nicht. Guck mal, wir sind ja auch ein Hexer. Es gibt hier... Warte. Es gibt, äh, Hexen, es gibt Zauberer, alles Mögliche. Warum soll das also nicht auch Seher geben? Belief, ne? Just believe. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Dann wären wir mal den Weg gegangen. Ja, das ist nämlich ein bisschen eiferer. Ich muss ja sagen, ne? Die Eier sind echt effektiv. Aber ist egal. Es reicht jetzt. Da bist du, alter Mann. Oh, du bist zurück. Hier ist was, dass du haben wolltest. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren. Aus dem häng ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Bittlinges prophezeien. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Die Wahrheit steht in den Sternen, war das. Na rübschen, müssen wir schnell gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.